zum kleinen spielchen adventure spielchen keine ahnung heute haben die demo von bonfire peace habe ich mir im epic store geholt und wir gucken einfach mal oder mal schauen lassen zu überraschen hier einstellungen deutsch auflösung steuerung musik bewegungsgeschwindigkeit aber war noch einmal gucken wie es funktioniert wie singt braucht kein mensch fenstermodus die steuerung basis grab und reset mit dem pfeil war controller controller oder ich spiel ich spiel mal hier mit dem camera pan left d a e camera zoom in camera zoom out q ok wir probieren einfach mal wir probieren aber mal und schauen mal wir lassen uns überraschen bonfire wie gesagt könnt ihr auch euch käuflich erwerben im epic store dragon and friends bonfire so ein adventure game feiltasten zum bewegen es sieht schon mal sehr hübsch aus muss ich sagen burn your belongings deine gegenstände verbrennen leertaste drücken zum betreten what aha aha wow was macht er jetzt setzt er sich dahin er setzt sich dahin er soll sich hinsetzen leertaste leertaste äh äh ah oh du wie springt man nochmal ich hab keine ahnung ah hier kann ich rein zoomen wow wow oder die haben das schon mal cool gemacht oder wow cool und jetzt müssen wir hier das da hoch nein die soll sich nicht hinsetzen nehmen wir das hier und dann kann man hier mal da raus zoomen ach das sieht aber ein starker aus man kann raus und rein zoomen abgeschlossen sehr schön haben wir gemacht er ab mit z rückgängig machen z was mit r a rätel zurücksetzen alle kommen bei der jubi bei der jubi überlegen z ah wie gesagt es ist eine demo aber ich zoome mal ein bisschen ah hier kann ich auch noch die kamera schwenken ah all right da komm ich aber erst jetzt ist er hey kollegen soll sich hinsetzen wait oh wait 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 wenn wir mal das naja ich zoome mal ein bisschen raus da komm ich jetzt wieder nicht hoch also wirklich schön gemachtes spiel also wirklich schön gemachtes spiel hier nimmt er nichts mehr hier nimmt er nichts mehr das nimmt er auch nicht um 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 wie kann ich denn nochmals springen um was was haben wir jetzt mal gemacht restart oder was er ist seriös nein 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 wir nehmen das hier so und jetzt müssen wir uns umdrehen dann läuft er nämlich rückwärts hoch so, dann setzen wir ab und gehen da hoch aber jetzt habe ich das Problem er nimmt es jetzt nicht warte mal einstellung die Steuerung 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 ich wollte Steuerung machen aber er zeigt mir fortfahren tja was soll ich jetzt hier tun was könnte man jetzt hier machen damit wir da hochkommen nicht hinsetzen Kollege keine Ahnung er setzt sich er setzt sich hin komm ich hier komm ich aber nirgends durch kann er da nicht hochkleddern kann er da nicht hochkleddern ich habe er gemacht also mysteriös no get up stand up dreh dich mal wieder herhörst aber so ist ein ganz witziges spiel ich kann mich nicht mehr drehen wenn ich das jetzt hoch machen könnte ich kann es aber nur absetzen und dann hoch und dann komme ich aber nicht mehr hier hin da hochkomme ich nicht warum nicht äh mit mx control shift bq a tja kollege er muss doch hier irgendwie da durchkommen oder nicht vor allem was und hier komme ich aber nirgends durch da gibt es da gibt es ja keinen durchgang oder doch ich habe keine ahnung ich sehe halt von da oben nichts ich habe keine ahnung keine ahnung wie ich da hochkommen soll ich weiß es nicht wenn ich irgendwie springen könnte oder so hm da sitzt er nur warum setzt er sich da hin er setzt sich nur da hin aber er geht nicht hoch war mal z ah das ist zurück hm wie könnte man das da wenn ich das teil dann nehmen könnte jetzt aber ich kann es nicht nehmen und damit kommt er nicht hoch und hier kommt er ja auch nicht hier macht er nichts ich weiß es nicht Leute hier kommt er auch nicht geht er auch nicht mehr zurück ich weiß es nicht naja ihr seht ja um was es hier geht ist halt so wie so ein Plattformer und wenn man halt keinen Plan hat wie meiner einer dann wird es schwierig ne vor allem ich weiß nicht welche Tasten ich da drücken soll ich habe keine Ahnung aber von der Grafik her ist es schon sehr schön gemacht aber ihr könnt naja mal gucken ob die Demo müsste es eigentlich immer noch gratis geben ob euch dieses Spiel gefällt immer dran denken es ist eine Demo kann man sich käuflich erwerben was es im Moment kostet weiß ich nicht genau aber es ist echt schön und wenn man mal hier mit der Steuerung hier ins Reine kommt dann ist es eine feine Sache Tioni Leute das überwollen wir dann ne verlassen das war wenn wir mal hier die Demo von Bonfire Peaks ich hoffe ich habe diese kleine Demo trotzdem gefallen ein hübsches Spielchen schöne Grafik mit vielen Features gerade hier mit dem Neigungswinkel und so macht schon Laune wenn man auf solche Art Spiele steht wir bedanken uns bei euch für das Zusehen würden uns freuen wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti Kanal bitte bewertet euch das Video schreibt was in die Kommentare aktiviert die Glocke und falls ihr kein Abo Köpfchen drückt und press den Button zu Subscribe also genießt das Leben passt auf euch auf bleibt gesund und bis zum nächsten Mal wir sagen schönen Video und die Gelegenheit euer Rosti thank you goodbye stay out my friends bye 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 los fin